Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal um die Frage, was ich immer unter den Brokhaven Videos gestellt bekomme. Ob man bei der Brokhaven Family mitmachen kann oder halt als Sprecher mitarbeiten kann oder ob man mal einen Hauptcharakter oder überhaupt einen Charakter spielen kann. Das Problem ist bloß an der ganzen Sache, also wir haben mehrere Probleme. Ich werde die auf jeden Fall mal aufzählen. Das erste Problem ist auf jeden Fall, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Charakter spielt, ich nehme, sagen wir mal, ihr nehmt noch nicht mal mit eurer eigenen Stimme auf, wir machen jetzt bloß, dass ihr einen Charakter spielt, dann müsstet ihr ja im Prinzip mit mir zusammen aufnehmen. Das Problem ist bloß, wenn ich aufnehme, nehme ich einfach um, sagen wir mal, göttliche Uhrzeiten auf, wie nachts oder was weiß ich wann. Also es gibt nie einen richtigen Aufnahmetag, es gibt immer unterschiedlich, also wann ich halt Zeit habe. Das Problem ist, ihr müsstet dann auch immer Zeit haben, wenn ich Zeit habe. Und ich glaube nicht, wenn einer mal in der einen Woche Dienstagabends um 10 Zeit hat oder der nächste dann eine Woche drauf am Mittwoch. Wisst ihr, wie ich meine? Das Problem ist, wenn nur einer fehlt, können wir die ganze Staffel nicht aufnehmen oder die ganze Folge eher gesagt. Danach haben wir das nächste Problem, dann haben viele gefragt, ob sie mit der Stimme aufnehmen können. Also, dass sie mal so eine Stimme sprechen können von irgendeinem Charakter. Da haben wir das nächste Problem, dass viele von meinen Zuschauern noch unter 13 Jahre sind. Und du darfst auf YouTube normalerweise nicht, außer mit der Erlaubnis der Eltern, eh kein YouTube machen. Deswegen wollen die auch nicht, dass du YouTube-Videos mit Minderjährigen oder so veröffentlicht, wegen Kinderschutz und sowas. Das steht auch in den Richtlinien. Man bräuchte dann noch die Genehmigung der Eltern, dann könnte man das auf jeden Fall hochladen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie keine große Lust, von jedem von euren Eltern eine schriftliche Genehmigung zu bekommen, dass ich eure Stimmen verwenden darf. Weil das nämlich das Ganze auch sehr viel mit Antragstellen zu tun hat, weil ich kann nicht einfach hergehen und kann selber ein Formular ausfüllen. Da müsste man dann noch separat eins irgendwie irgendwo herbekommen. Und ich weiß nicht genau, woher man das bekommt. Und deswegen hätte ich gesagt, lassen wir es am besten so, wie es ist. Es ist zwar blöd, dass dann bloß ich selber spreche. Kann ich verstehen, dass es vielleicht ein bisschen merkwürdig bei den Videos rüberkommt. Aber ich kann daran leider nichts ändern. Und ja, das war auf jeden Fall erstmal so die Grundinformationen, warum das Ganze mit der Brocaven Family auch nicht funktioniert. Es wird auf jeden Fall jetzt eh momentan, also weil ich momentan eh wenig Zeit habe wegen Schule und so, wird eh wenig Brocaven Family jetzt kommen. Ich habe mir jetzt auch gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringe. Also sprich, ich werde jetzt ein bisschen Murder Mystery vielleicht als Videos machen. Und ich werde Blocksburg auf jeden Fall als Videos machen. Ach ja und Leute, wisst ihr, was ich auch noch sagen wollte? Ihr müsstet halt die ganze Zeit auch freiwillig mitarbeiten. Also das wäre halt auch sowas. Ihr bekommt halt dann auch für eure Leistung, was ihr jetzt zum Beispiel als Sprecher mitsprechen würdet oder als Charakter mitmachen würdet, würdet ihr kein Geld verdienen. Also es ist halt sehr schwierig. Deswegen, ich hätte auch gesagt, dass wir das Ganze auch lassen. Und ich hoffe auch, dass das mit diesem Video auf jeden Fall auch das Thema abgeschlossen ist, ob man bei der Brocaven Family mitmachen kann. Weil es wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja gut Leute, ich hätte gesagt, das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich werde auf jeden Fall auch probieren, wie schon gesagt, so abwechslungsartig an Content zu bringen, jetzt mit den Videos und nicht immer Brocaven Family. Ihr könnt auf jeden Fall gerne ein Abo noch da lassen, an alle, die das noch nicht getan haben. Ihr könnt auch gerne noch ein Like da lassen, wenn euch dieses Infovideo gefallen hat. Und ihr könnt auf jeden Fall noch die Glocke aktivieren, das wäre auf jeden Fall sehr sinnig. Dann bekommt ihr auf jeden Fall Benachrichtigungen, wenn das nächste Video online kommt. Dann hätte ich gesagt, das war es eigentlich. Haut rein, schau euer Action Wolf. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Mal schauen, was als erstes kommt. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Deswegen, tschau Leute. Haut rein. Euer Action Wolf. Tschau. Tschau.